Goldglas, check. Zitronenwasser, check. Dass ich das nochmal sagen darf, Freunde, Celebrations ist endlich da und wir haben heute einige Boxen, die wir öffnen können. Ich freue mich des Todes und bin super gehypt. Ich wünsche euch allen einen schönen Release Day, wenn ihr was bekommen habt. Ich kann euch sagen, ich habe auch nicht sehr viel Stuff bekommen und ich bin selber gerade drei Stunden lang durch die Gegend gefahren, um irgendwas heute für euch zu haben. Aber wir haben Stuff und ich freue mich. Ein unglaubliches Retro-Set wartet auf uns mit zahlreichen Karten aus 25 Jahre Pokémon. Und da wir heute was zu Feiern haben, verlose ich heute auch eine Matte von Zero of Time, dem Oldschool-Design, den allerersten, was ihr alle kennen solltet, was ich auch öfters bei meinen Openings habe. Schreibt dafür in die Kommentare einfach rein, Hashtag Celebrations. Teilnahmbedingungen sind in den Kommentaren und ich würde sagen, wir starten rein mit dieser wunderbaren Box, mit der Zacian Level X Box. Nochmal kurz vorab, was für Boxen wir alle jetzt bekommen haben. Wir haben eine Lance aka Siegfrieds Glurak V-Box, die sehr cool aussieht und mit einer der beliebtesten Boxen auch, glaube ich, sein wird. Dann haben wir eine dunkle Fidinara V-Box, hier auch wieder mit sehr vielen Celebration Boostern, aber halt auch mit normalen Packs. Dann haben wir einmal diese wunderbare Box, Katapultra Prime. Eine sehr ikonische Retro-Karte, muss man sagen. Prime-Karten aus der Hardgolds-Versilber-Zeit. Boah, es ist so geil, ich freue mich so extrem drauf. Dann haben wir die Mini-Tins, die ihr kennen solltet. Kleine Tins, ich weiß selber nicht, wie viele Packs oder was für Packs hier drin sind, das werden wir aber auch gleich noch sehen. Und dann gibt es die Elite-Trainer-Box. Ja, das wird das Goldstück sein. Das werden wir heute auch nicht öffnen, sondern morgen eventuell. Denn dort ist eine Gold-Star-Karte drin, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und wir können hier Gold-Star-Karten, wir können hier Base-Set-Starter ziehen, wir können hier Level-X-Prime-Karten. Puh, wir haben lange genug geredet, ich würde sagen, wir starten rein mit der ersten Box und mit den ersten Boostern. Hier haben wir das Ganze. Ich habe hier das Zeno-Set von Panflam, Chilast und Plinfa. Und die Verkäuferin hat mich nett gefragt, welche Tint ich möchte. Ich hoffe, es war keine falsche, die ich hier genommen habe. Wir haben hier eine sehr schöne Coin mit dem 25 Jahre Pikachu-Logo drauf, was sehr, sehr gigantisch ist. Schöne Coin, glänzt schön. Das ist auf jeden Fall ein schöner Hingucker. Dann haben wir einmal das Bild, was wir in den Mini-Tints immer haben. Und wir haben hier ein oder zwei Booster von Celebration. Wir schauen mal, wir haben eins, okay, zwei, das ist gut. Und Farm-Shock. Und Farm-Shock, das ist tatsächlich eine gute Pack-Ratio. Normal kosten diese Tints ja 9,99. Ich habe die jetzt in einem Shop für, ich glaube, 12 Euro grob gekauft, was auch schon teurer war. Aber hey, support your Locals, dementsprechend mache ich das gerne und supporte lieber meine Locals als halt Scalper. Ja, gute Pack-Ratio, gute Auswahl. Ich würde sagen, wir starten rein. Wunderschönes Design vom Booster-Artwork her. Fühlt sich ein bisschen, weil halt auch nur vier Karten hier drin sind, ein bisschen lasch. Das Training geht weiter. Vier zusätzliche Spielkarten. Und genau das ist es halt. Wir haben hier nur vier Karten drinne. Aber wie gesagt, durch das Retro-Set, was wir hier drinne haben, und ihr werdet es in meiner News-Folge schon gesehen haben, können wir beachtliche Karten hier drinne ziehen. Und das Set ist auch nicht groß. Wir haben grob 60 Karten, glaube ich, in Celebrations drinne. Und ich werde euch natürlich mittels meines Wissens so viel wie möglich zu diesen Karten sagen. Wir haben hier das Normal-Set, was von 1 bis 25 ist. Und unter anderem haben wir ein Xernias. Jede Karte ist Holo und jede Karte wird diesen markanten Stempel auch mit sich bringen. Xernias, coole Karte. Holo-Foil, erkennen wir schon mal. Ist einfach nur sehr glänzend. Ist jetzt nicht das Galaxy-Foil. Ist auch nicht das Foil, was wir aus Schwert und Schild oder halt auch Sonne und Mond kennen. Finde ich okay. Finde ich okay. Absolut fein. Schönes Artwork. Dann haben wir hier ein Dialga. Sehr, sehr krass. Und ich glaube, ich brauche nicht sagen, welche Karte ich am liebsten ziehen würde. Ich glaube, das wisst ihr. Es fängt mit G an, hört mir nach Tara auf. Goldstar nach Tara. Das wäre wirklich krass. Wir haben im ersten Pack hier aber leider nur eine Zekrom-Karte, die aber trotzdem sehr brachial aussieht. Und eine Summer Center. Wow! Talk about that, ey. Und das meine ich halt. Ihr habt hier ein Pack mit drei Holo-Karten dann halt. Und vielleicht sogar noch eine V und vielleicht noch viel mehr. Und Zekrom ist eine Hommage an das alte Zekrom-Artwork aus Schwarz und Weiß. Xernias, bin mir nicht ganz sicher. Und die Eiger auf jeden Fall aus den Holo-Sets. Aber es sind auf jeden Fall angehauchte Karten von den ersten Karten-Abdrucks, wo diese erschienen sind, meine ich. Sehr, sehr cool. Gefällt mir halt auch. Sehr dynamisches Summer Center. Huh! Ah ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin immer noch sehr gehypt. Das ist so schön, dass wir endlich dieses Set haben. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin an mehreren Läden vorbeigefahren. Und hab da Schlangen von 20 Leuten oder sowas gesehen. Und dachte mir so, wow, ich kann heute kein Celebrations öffnen. Aber ich war hartnäckig, bin, keine Ahnung, durch drei Bundesländer gefühlt gefahren. Und wie gesagt, ich hab auch nicht immer jetzt alles mitgenommen. Ich hab immer nur so ein, zwei, drei Boxen mitgenommen, um halt fair zu sein. Und ich glaub, das ist so das Richtige. Jeder soll Spaß dran haben an diesem Set. Und Cosmovo hier mit Lily. Das wunderschöne Ho-Oh mit dem... Boah, das sind so coole Artworks halt. Ne, guckt euch das an. Hier in so einem Park-Chill das Ding. Cosmovo mit Lily. Absolut super, super schön. Und wir haben ein Lugia hier ebenfalls. Das Gegenstück zu Ho-Oh. Und dahinter nochmal eine Half-Art-Forschung des Professors. Half-Arts waren ja damals Ancient Traits. Gaben aus einem XY-Zeitalter. Waren ein bisschen anders als das jetzt hier. Aber ich bewerte das jetzt mal als Half-Art. Das Holo-Fall ist aber sehr interessant. Wir gucken uns nochmal die Qualität der Karten an. Ob wir irgendwelche Printlines oder sonst was haben. Wir haben hier auf jeden Fall so einen kleinen Holo-Dot. Das heißt, auf jeden Fall nicht perfekt das Holo. Wir können auch mal die Karte umdrehen. Wir haben da ein bisschen Whitening. Hier ein bisschen Whitening. Aber das kann auch sein, da diese Karten halt aus der Tin kommen. Aus der Mini-Tin. Ich glaube, ihr wollt Farm-Shock heute nicht sehen. Aber wir machen das Booster trotz dessen mal auf. Ja, einfach aus Fairness halber. Es ist dabei. Dementsprechend schauen wir da auch rein, ob wir hier einen Hit drin haben. Ich bin absolut zufrieden schon mit den Boostern, die wir jetzt in Celebrations haben. Und wir werden uns nach einiger Zeit auch schon satt sehen. Das sage ich euch. Wir machen weiter mit einer wunderbaren Box. Und zwar die Dragapult Prime Box. Mit der ersten Retro-Karte, auf die ich mich auch sehr, sehr freue. Und wie ist das Packaging? Wir schauen rein. Wir haben hier erstmal ein 25 Jahre. Mehr oder weniger Stempel, wollte ich gerade sagen. Aber es ist eher in der Verpackung. Gefällt mir. Wir können wahrscheinlich das einfach so hochheben, wie wir es immer sonst können. Und dann können wir die Booster einzeln herausnehmen. Ohne sie großartig zu beschädigen. Das gefällt mir. Das finde ich sehr gut. Also da Pokémon Chapeau. Das ist nice. Die Catapultra-Karte kommt auch gut heraus. Uh, sehr interessant. Das wusste ich tatsächlich auch nicht. Ähm, es ist ein kleiner Beiner dabei. Das ist cool. Ich weiß nicht, ob wir es machen wollen. Schreibt mal gerne Hashtag Master Set in die Kommentare. Wenn ich von diesem Set tatsächlich ein Master Set vervollständigen soll. Catapultra Prime. Och du heulige. Also die Karte hat auf jeden Fall sehr viele Printlines. Und auch das schöne Holos World. Das sieht sehr, sehr schön aus. Äh, zum Hinstellen auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wir haben hier die Coin. Und hier haben wir die erste Retro-Karte. Catapultra Prime. In all ihrer Glory. Sehr schöne Karte. Der markante Prime-Rand. Das ausstochende Bild. Prime-Karten, wie gesagt, Hardgold zu Silver. Letztes Set war nicht mal Ruf der Legenden, was ein Hardgold zu Silver Set war. Sondern da gab es sogar Shining-Karten, die diesen markanten Rand hatten. Ah, boah, sehr cool. Condition gefällt mir sehr von dieser Promokarte. Wir haben hier kein Whitening. Wir haben schöne Corners. Ähm, das ist sehr cool. Wie sieht das Holo-Foil an sich aus? Ich sehe da tatsächlich auch keine großartigen Printlines. Frage ist halt, ob ihr darauf Bock habt. Ähm, ich kann auch tatsächlich so ein komplettes Master Set graden lassen, wenn ich Interesse habe. Von allen Karten. Ähm, Centering sieht gut aus. Ne, da bin ich absolut fein mit. Das ist super, super schön. Aber die Sache, die euch vielleicht aufgefallen ist, in dieser Box waren noch nur 1, 2, 3 Booster. Was? Das ist echt nicht so viel. Und dafür halt, ich glaube, 25 habe ich pro Box bezahlt. Bei manchen Läden 32. Ähm, muss man halt abwiegen können, ne? Muss man halt abwiegen können, ob sich das lohnt oder nicht lohnt. Aber wie gesagt, ich glaube, die Karten, die hier drin sind, lohnt sich allemal. Wir haben ein Kayoke, was angehaucht ist an das Fullert Kayoke. Was ist, ähm... Boah, ihr seht das Set eingeblendet, sag ich mal. Das war so ein Special Magma Aqua Set, was nur in Amerika rauskam. Sehr, sehr schön. Mit den Vorständen drauf. Wir haben ein Xernias. Auch gigantisch. Und wir haben unsere erste Retro-Karte. Let's go! Hier kommt Team Rocket! Und ach du Heidi, guckt euch das Holo-Pattern an. Das ist ja gigantisch. Damals war nur hier Holo. Und wir haben dahinter nochmal ein Lunala mit Lily, wie wir uns gleich nochmal anschauen werden. Aber unsere erste Retro-Karte ist diese hier. Und ähnlich wie bei den Shiny-Karten fühlst du hier oben halt auch, dass es eine komplette Texturen-Karte ist. Allein hier die Textur von dem Artwork. Sehr, sehr geil. Erschien damals, wie gesagt, aus dem Set Team Rocket. Boah, das ist sehr, sehr cool. War damals eine Secret Rare-Karte. Wurde gereprintet. Damals sogar. Boah, sehr geil. Finde ich schön. Finde ich schön. Also da freue ich mich sehr drauf, das Set zu vervollständigen. Celebrations! Let's go! Let's go! Schauen wir rein, Alter. Es gibt so viele coole Karten, die sehen wir hier. Cosmog haben wir hier. Passend, wie gesagt, halt auch zum Lunala. Überall mit Lily drauf. Und zwar sehen wir hier Lily mit Cosmog, die hier noch ganz am Anfang ist. Und am Ende mit dem Pferdeschwanz, was man kennt am Ende der Story von Son und Mond, wo auch Cosmog ganz am Ende ist. Finde ich eine schöne Hommage. Sehr schön gemacht. Und das ist auf jeden Fall sehr nice. Hier haben wir Cosmog, was schläft. Und dahinter haben wir Bisa-Floor im Base-Set. Let's go! Woo! Die erste krasse Retro-Karte, würde ich an der Stelle sagen. Oh! Base-Set, Bisa-Floor. Einfach hier gepullt. Und dahinter haben wir tatsächlich... Haben wir da nicht noch was? Das sieht doch sehr glänzend aus. Die Forschung des Professors in Fullart. Und das ist ein Banger-Fact, würde ich sagen. Holy moly. Das ist crazy. Wenn wir uns das hier angucken. Die komplette Karte hat halt ein Pattern. Das heißt, überall auf der Karte ist halt irgendwie ein Holo-Effekt drauf. Was wir hier sehr cool erkennen können. Weil halt alles glänzt hier über der Holo-Karte hinaus. Wir haben natürlich hier das Holo-Foil. Aber die komplette Karte ist am glänzen halt. Und halt umzogen um sich herum noch dieses glänzende. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe ja vor ein paar Tagen meine Karten zu PSA geschickt. Meine First Edition Base-Set-Karten. Guckt euch gerne das Video an. Verlinke ich euch gerne hier am Ende noch. Die Karte steht der Karte von damals im Nichts entgegen. Außer des Stempels und natürlich des Holo-Effekts. Finde ich absolut geil. Und dementsprechend halt auch eine super Neuerung, dass sie so etwas wieder gemacht haben. Die Karte an sich, Centering, finde ich gar nicht so schlecht. Ist ein bisschen, ein wenig dicker vielleicht hier als auf der Seite. Oben, unten vielleicht hier ein bisschen dicker als dort. Auf der Rückseite haben wir sehr gute Corners. Das gefällt mir. Wir haben da so einen kleinen Punkt, der aber wegzuwischen war, wie es aussieht. Ne, gute Qualität. Ich sehe hier kein Silvering. Dementsprechend haben wir vielleicht Hoffnung auf eine gute Print-Quali. Und weil halt diese komplette Karte texturenreich ist. Also das geht ja hier wirklich drüber hinaus. Sehe ich da jetzt halt auch keine Print-Lines oder sonst was. Also ich glaube, diese Karten werden leicht zu graden sein. Was sehr gut ist, ey. Let's go, Alter. Richtig gut. Forschung des Professors haben wir hier. Geht in seine Haare hinein. Sehr schöne Fullart. Wir haben ja auch schon die andere Karten-Version davon gezogen. Boah, das ist so schön, ey. Das ist wirklich gigantisch, Shatterino. Ich bin so im Hype. Ich freue mich so... So krass auf dieses Set. Und ich glaube, let's go. Farm-Shock. Wir brauchen dich nicht. Wir machen einfach weiter. Wir haben diese Box nun. Die Sylveon-Box. Uh, die Box ist tatsächlich ein bisschen besser. Und zwar haben wir hier die dunkle Fidinara-Karte. Und wir haben hier tatsächlich mehr Booster drin. Und zwar zwei, drei, vier, fünf und sechs. Also wir haben hier echt einiges am Start. Sehr, sehr viel Plastik-Pokémon. Warum tut ihr mir das an? Dann haben wir hier die Fidinara-Karte. Das Centering bei der Karte. Da brauche ich, glaube ich, nicht drüber erzählen. Ja, also oben unten sehr, sehr klein. Hier auch sehr klein. Da hinten ein Sticker. Es sieht sehr komisch aus. Was aber interessant ist, ist eine Karte. Und zwar ein dunkles Pokémon. Was damals bei Team Rocket gelauncht wurde. Wieder kam bei Neo Destiny. Und nochmal wieder kam bei, hier kommt es Team Rocket Returns. Also Team Rocket Returns, eher gesagt. Sehr schön. Mag ich. Finde ich cool. Können sie gerne öfter machen, so etwas. Das ist wirklich schön. Aber wie gesagt, Corners sehen sehr gut aus. Kein Whitening, kein Silvering. Abgesehen vom... Also wir haben hier auf der Vorderseite Silvering Up. Von hinten sieht die Karte sehr clean aus. Was mir sehr gefällt. Wir haben hier auch keine großartigen Kratzer oder sowas. Also bisher bin ich sehr begeistert tatsächlich von den Promos. Das ist sehr cool. Wir haben bei der Katapultra, wie gesagt, einen kleinen Binder dazu gehabt. Hier haben wir dafür mehr Booster. Was ich auf jeden Fall gut finde. Weil mehr Booster heißt mehr Fun. Und mehr Fun ist auf jeden Fall not bad, würde ich sagen. Und wir haben schon einen dicken Hit. Dementsprechend bin ich da auch schon sehr zufrieden. Wir haben Übeltal hier in Holo. Sehr coole Karte. Das erinnert mich stark an eine Karte aus Steam City, die ich vor kurzem gezogen habe. Wir haben einen Rechiran. Oh, Baby! Guckt euch das an! Double Pikachu! Und zwar das Birthday Pikachu haben wir einmal hier. Und das Full Art Pikachu. Oh, Mann! Das ist so cool! Ey, guckt euch das an, wie da ist ein Double Banger hier drin. Einmal eine Retro-Karte, die sehr, sehr cool aussieht. Und Full Art Pikachu aus dem Base Set. Und zwar ist das Base Set Design vom selben Illustrator Arita nochmal in... Ja, mit Hintergrund und allem gemacht. Das ist super cool. Red Steak sogar hier am Start, ey. Das ist super nice. Und jetzt Birthday Pikachu. Habe ich vor kurzem... Oder was heißt vor kurzem? Vor einigen Monaten mir gekauft. In einer guten Qualität jetzt hier den Reprint zu haben. Sieht sehr, sehr gelblich aus. Also, das ist schon mal sehr crazy. Ähm, ne, schöner Holo-Effekt. Ja, auch hier im 25 Jahre Logo leuchtet das Holo. Das ist sehr cool. Auch hier wieder der komplette Effekt der Partikel ist auf der Karte drauf. Also, die komplette Karte kann halt leicht irgendwelche Beschädigungen bekommen. Dementsprechend seid da sehr, sehr vorsichtig, bitte. Die Karte sieht auch sehr fein aus. Ich sehe hier auch wieder nichts Großartiges. Ich sehe ein paar kleine Kratzer vielleicht auf der Rückseite. Aber ganz, ganz feine Haare sind das hier unter anderem. Ja, was schön ist bei dem Pikachu, muss man einfach sagen. Man kann hier einfach sein, so Darius Pikachu reinschreiben, kann seinen Geburtstag hier reinschreiben. Und dann macht Geburtstagsüberraschungen. Sehr gut Schaden, sage ich mal. Sehr gut Schaden. Deswegen wurde die Karte gebannt auf Turnieren. Ne, aber das ist doch sehr schön, was wir hier gezogen haben. Das freut mich sehr. Oh Mann, Alter. Das ist wirklich schön, Freunde. Ich bin so happy, ey. Das macht so viel Spaß, heute mit euch das durchzuziehen. Wir sind noch lange nicht fertig und wir haben noch einiges vor uns. Und dementsprechend, wir werden auch heute Abend streamen. Ich werde heute Abend noch ein bisschen mit euch reden. Wir werden heute Spaß haben und eventuell noch ein paar Boxen öffnen oder ähnliches. Wir gucken mal rein. Vielleicht ziehen wir auch heute schon alles, was wir brauchen. Nochmal eine Retro-Karte. Und wir haben dahinter wieder ein Big Hit. Lebo Mentors Level X, wollte ich schon gerade sagen. Aber es kommt aus der Diamond and Pearl Zeit, dementsprechend aus der Zeit von Level X Karten. Und zwar war die Karte mit Cosmic Kraft. Einmal während deines Zuges, vor diesem Angriff, kannst du zwei Karten von deiner Hand wählen und in beliebiger Reihenfolge unter dein Deck legen. Wenn du das machst, ziehst du so viele Karten, bis du sechs Karten hast. Das ist halt ein ultra starker Effekt und dementsprechend wurde diese Karte gereprintet. Fliegendes Pikachu haben wir hier. Muss ich dazu was sagen? Mega coole Karte. Gab es damals als Promo. Wurde jetzt halt als V-Karte geremaked, sozusagen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr geil. Gefällt mir. Finde ich sehr nice. Ach, Pokémon, ey. Ihr habt eine gute Sache gemacht. Ihr habt echt eine gute Sache gemacht mit diesem Set. Das ist wirklich cool. Das macht echt Spaß. Machen wir weiter. Full Celebration. Und falls ihr mehr Celebration Openings sehen wollt, ihr wisst ganz genau, was zu tun ist. Ihr wisst ganz genau, was zu tun ist, Chatterina. Ah, let's go. Ich weiß, dass Glorak wohl eine Shortprint sein soll. Also Glorak soll sehr selten zu ziehen sein. Aber mein Ziel ist auch nicht Glorak. Sondern das andere Pokémon. Und zwar Nachthara, würde ich ganz gerne haben. Aber wir haben ein Serfen des Pikachu. Und wie ihr vielleicht schon sehen könnt, die Holos doppeln sich halt jetzt schon. Weil die Karten werden, weil halt auch noch so wenig drin sind, sehr schnell repetitiv werden. Also sie werden immer wieder kommen. Für Serfen des Pikachu, wie beim Fliegen nennen. Schöne Hommage an das alte Design. Ja, gibt es auch in VMAX tatsächlich. Also die Version ist auch noch zu ziehen. Aber dass wir beide es schon haben. Und wie gesagt, die Qualität ist absolut in Ordnung. Habe ich nicht mit gerechnet, dass wir so eine gute Qualität hier heute bekommen. Pokémon. Kuss geht raus, ey. Das habt ihr sehr gut gemacht, ey. Wir haben Groudon hier als nächstes. Auch sehr, sehr cool. Xerneas. Kaiogre. Oh, was haben wir da denn? Was haben wir da denn? Ne, die sind... Das ist auf jeder Karte wohl drauf. Das ist nur so ein komischer Effekt auf der Karte. Und... What? Printline ist ein Urgroßonkel. Ich habe gerade noch Celebrations gelobt, ey. Da kriege ich eine Karte mit... Komplett Printline City, Alter, ey. Pikachu fullert again. Pikachu fullert again. Okay, Pikachu. Ich nehme alles zurück. Okay. Wir machen noch eine Mini-Tin auf. So. Und zwar haben wir die Kanto-Tin hier am Start. Und wir haben hier wieder den... Oh mein Gott. Was ist hier denn los, Alter, ey? Das... Dann kannst du ja fast jemanden aufschlitzen. Schisch. Was ist denn da los? Celebration. Ich weiß nicht, ob da andere Booster drin sind. Oder ob da auch Farm-Shock drin ist. Ja, es ist auch Farm-Shock drin. Ne, gut. Gefällt mir. Gefällt mir. Farm-Shock ist fein. Farm-Shock ist gut. Weiter so machen. Weiter so machen. Okay, wir haben noch zwei Booster, die wir öffnen. Morgen geht es weiter an dem Opening. Ich hoffe, ihr habt Bock. Äh, ich habe auf jeden Fall Bock. Sage ich euch. Und wir schauen mal, was wir alles ziehen können, ne? Haaaah. Let's go. Wir haben einige Banger schon gezogen. Einige Banger waren schon dabei. Wir haben Zekrom. Schreibt euch gerne in die Kommentare, wenn ihr schon was geöffnet habt, was ihr gezogen habt. Wir haben Dialga. Ja, ihr seht schon. Ich bin ein bisschen am Zittern, ne? Ich bin ein bisschen am Zittern! Finally! Eine gute Karte mal, die ich auch unbedingt haben wollte. Mew in Gold Shiny. Erste Celebrations-Opening direkt durchgespielt, ey. Das ist so heftig, Alter, ey. Was ein Pull! Ich habe noch drüber nachgedacht, ey. Die Karte wäre saftig. Und da ist sie! Shiny Mew, ey. Die Karte wurde für 200 Euro verkauft. Ich glaube nicht, dass sie 200 Euro wert ist, to be honest. Die sieht stark aus. Guckt euch diese Karte an. Ich sage es euch, das Zitronenbaus am Anfang hat gut was gebracht, ey. Ein der Base-Head-Starter. Shiny Mew. So viele Fullards. Und die Karten sehen wirklich gut aus, halt. Das Centering gefällt mir hier auch sehr gut. Ich habe da nichts auf dem Holo voll großartig gesehen. Hier vorne ist vielleicht da ein bisschen dicker als dort. Oben unten geht. Sehr schöne Karte. Was soll ich sagen, Alter? Ich bin so glücklich. Finally, finally, finally something good. Letztes Pack-Chat. Oder was heißt Chat, Freunde? Können wir nochmal etwas Gigantisches ziehen? Schauen wir rein. Hoppala. Auf jeden Fall müssen wir das Pack-Up vernünftig öffnen. Let's go. Vor allem dieses Double-Hit-mäßige, wie in Generations oder halt in den anderen guten Sets, wie auf Farm-Shock. Gibt es ja auch Amazing Reds. Finde ich halt immer sehr cool. Und Pokémon kann da gerne, gerne, gerne mit weitermachen. Okay, nochmal eine Retro, hier kommt Steam Rocket. Und eine dicke Printline durch Pikachus Kopf. Ich glaube, das setzt gut einen Haken hinter dem Opening, was wir jetzt hier gehabt haben. Eine Sache, die mir gerade auch auffällt. Guckt euch hier die Corner an von Here Comes Steam Rocket. Die ist halt absolut garbage. Also die ist tatsächlich... Ach du Heilige, guckt euch das an. Die ist tatsächlich gar nicht geil. Also, man muss ein bisschen Glück haben, glaube ich, doch bei den Printkarten. Aber es kann auch sein, dass die halt jetzt hier, weil sie in der Mini-Ten war, bis mir schädigt wurde. Möchte ich nicht ausschließen. Aber holy moly, ey. Die Printlines auf der Pikachu-Fuller-Karte, die sind nasty. Schönes Detail hier mit Raup hier ins Metbro oben. Gefällt mir nur noch mit Parasect. Oh, Freunde! Ich kann euch eine Sache sagen. Wir werden Spaß haben mit dem Set. Lasst gerne Däumchen da, wenn wir, keine Ahnung... Pfff... 4.000, 5.000 Daumen schaffen für Celebration. Kommt morgen direkt. Das nächste Opening mit den ETBs. Und da ist die Goldstar drin. Und ich freue mich drauf. Und eventuell ziehen wir nach Tara. Haut rein. Macht gerne beim Gewinnspiel mit. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.